Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Und was geht da um meine Friends und liebe Rapper Abi, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was geht ab? Und was geht da um meine Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zum allerersten Video im Jahr 2020 und ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr an der Stelle. Ich habe mir jetzt sogar mal die Mühe gemacht und habe die Karten übereinander gelegt und ein bisschen transparenter hin und her geschoben, damit ihr einfach mal sehen könnt, wie ähnlich sich die Karten eigentlich sind. Fast hat Fortnite eigentlich nichts wirklich verändert, wir haben die Karten ein bisschen auseinander gezogen. Hier seht ihr es nochmal selbst, in der Mitte von Loot Lake war dann halt dieser Nexus und da ist das Ganze dann auch dementsprechend actionmäßig dann passiert. Und jetzt werden wir die Karte, die neue Karte einfach mal so ein bisschen einblenden. Und heute geht es darum, wie ihr euch den hier Toxin Skin in lila freispielen könnt. Dazu müsst ihr eine Reihe von neuen Herausforderungen machen, die heute rausgekommen sind. Und wo ihr die findet und was ihr dafür tun müsst, ja wie gesagt, zeige ich euch wie immer hier in diesem Video. Ihr müsst verschiedene Imbisswagen besuchen, hier haben wir zum Beispiel den ersten, den Dörrburger. Ich werde euch das Ganze natürlich auf der Karte nochmal einblenden, damit es für euch nicht schwer zu finden ist und ihr nicht lange suchen müsst. Ich werde euch das Ganze auf der Karte, Cuando lebt, wie jetzt passiert ist. Nein, wir müssen die Karte noch einenllawarden. B landest mega. Dann wird das Ganze im достаточноinstallt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bei diesem See gibt es zwei Häuser, bei dem oberen Haus gibt es einen Kleingarten und auch da seht ihr schon wieder eine goldene XP-Münze. Ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen, lasst gerne einen Like da. Bis zum nächsten Video meine Freunde, ich bin natürlich erstmal komplett raus. Resort, Malfurus. Oh! Ah ja, klippt es nicht! Nein, klippt es nicht! Lass mich jetzt nicht! Schau, klippt es nicht! Nein! Nein! Karmaschille ins Gesicht, Digga! Ins Gesicht, Digga! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020